Hallo meine Wolfie, es ist toll, in der nächsten Folge von YouTubers Live. Wir hatten ein neues Level in der letzten Folge, genau den Talentpunkt hatten wir, glaube ich, sogar schon eingesetzt. So, wir haben einen neuen PC. Sack, na, so juckt. Ähm, wir werden ihr ein neues Video geben. Und zwar wird sie hierzu. Ein Preview machen. Zack, ne, ein Review, keine Preview. Das wird sie automatisch machen. Ein Review, da werden wir keine Zahl hinter brauchen. Das denke ich, ups, denke mit kleinen D. Zack, und fertig. So, wir werden unterdessen ein Gameplay hier zu machen. Zack, 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 fortsetzen. Gameplay, da können wir... Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sind wir völlig glatte. Ja, der Video ist noch am Hochladen. Konntest du schon wieder essen und schlafen? Was ist eigentlich mit dir kaputt, ja? Hier ist einfach ein Brot. Hm, ein Brot, das sieht wie ein Salat. Wir machen jetzt eigentlich schon gut Geld. Wir bräuchten dann nur einen zweiten PC, ne? Ein zweiter PC wäre schon cool. Ah, an demselben Computer wie mein Mitarbeiter zu arbeiten, war nicht die beste Idee. Ja, endlich. So, zack. Kriegen wir gebacken. Ist zwar Ende des Monats, kriegen wir trotzdem noch hin. Äh, es werde ich... Also... So. Die, ähm... Macht das Video noch? Können wir jetzt einfach an den anderen PC gehen? Scheinbar nicht. Okay, dann isst noch mal was. Ist einfach noch ein Brot. So. Hm. Nee, danke, heute nicht. Zeig mir das Ergebnis. Kommt gut an. Hau raus, dem Mist. So, und wir können jetzt nicht an den anderen PC gehen. Wieso nicht? Oh, das ist ja ätzend. Komm, lad schneller. Wir brauchen das Geld für unsere Miete. Ist eine neue Konsole rausgekommen. Die Honey Play Studios 3. Okay. So, du machst bitte... Wieso kann ich dir nicht sagen, dass du ein Video aufnehmen sollst? Geh mal da hin. Hat damit nichts zu tun. Interessant. So, mach das Video mal fertig. Vielleicht überlegt Madame sich dann vielleicht doch mal was zu tun. Zack. Ist übrigens... Ich nehme das Video jetzt im Anschluss direkt vom letzten auf. Zusammenfassung des Spiels. Ähm. Wir haben mittlerweile halb zwei. Oder 20 vor zwei. Sogar. Ähm. Das Problem ist, ich habe eben, äh, ein bisschen Cola getrunken. Und eigentlich macht die mich müde. Aber in Verbindung mit dem Rest. Doch etwas, ähm... Wache. Deswegen weiß ich nicht, wie lange ich hier jetzt noch irgendwas mache. Ist etwas doof. Denn... Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, ob das da gerade stand. Ähm. Denn ich sollte vielleicht doch einmal zwischendurch schlafen. Ich muss nämlich... Übermorgen... Also... Morgen streng genommen... Ja, wieder arbeiten. Tja, ja. Was mir nicht so alles tut. Wir haben keine Punkte mehr. Das... 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 Und... Schon kommen wir nicht mehr weiter. Hm. Ähm. So. Ist jetzt nicht das Beste. Is not the yellow of the egg. Oder so. Aber das läuft schon. Oh, wir hätten mehr Renderpunkte gehabt. Ah, das habe ich ganz vergessen. Wir haben ja den PC aufgerüstet. Naja, egal. Mein Name ist Isabel. Ich rufe... Ach, komm. Lass die Leute reden. Und hör einfach nicht hin. So. Du nimmst jetzt ein Video auf. Dazu... Ebenfalls ein Gameplay. Und das nimmst du bitte an Arbeitsplatz 2. Wo es jetzt hin. Und das, äh... Heißt jetzt... Äh... 2 und... Und... Bester Titel ever. Ja, schieb mich doch durch die Gegend. Läuft's noch gerade bei dir, oder wat? So, Essen. Schlafen. Und... Frist der Pizza. Hm. War vielleicht dumm. Die füllt so viel auf. So. Jetzt können wir hier aber richtig im Turbo arbeiten. So, während das hochlädt. Dann jetzt Spiel wählen. Oh, das wird so knapp. Das wird so scheiße knapp. Sie macht Gameplay 2. Dann machst du Gameplay 3. Genau, das musst du an diesem PC fortsetzen. Das ist dann Gameplay 3. Und das nennst du, äh... So. Ich hab echt die besten Titel, ja. Das ist, äh... Mein Job, die besten Titel zu wählen. Weil ich bin großer YouTuber und das List begann ist. Das hört sich nur so an. Was war das gerade für eine Mitteilung? Äh, er lernt ihr das Spiel. Ein Ton mit Logo. Okay, das ist halt gepasst. So, dann Hohn war raus. Und zwar so richtig neftig. Zack. Diese Musik ist so catchy. Spielintro. Äh, machen wir einfach das. Hat gepasst. Erstes Spiel. Lernen, wie man es spielt. Wir sind schon im dritten Gameplay. Auf jeden Fall müssen wir noch lernen, wie man spielt. Spiel, das hast du intelligent gemacht. Richtig intelligent. Hauptmenü. Machen wir eine lustige Kommentare. Ob das passt oder nicht. Ist mir gerade völlig egal. Ein Spiel-Tutorial. Machen wir hier noch. Guck, ist so, ne? Ein Kommentar. Nimmst du Titel. Wir warten gerade nur zwei zur Auswahl. So, wir können die Miete auf jeden Fall schon mal decken. Wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir so gut verdienen, sag ich jetzt mal. Dass wir damit wirklich arbeiten können. Was ist das eigentlich für ein Mist? Wir können hier, hier passt einfach nichts aneinander. Gar nichts. So. Ja, komm. Zack. Äh, zack. Zack. Und zack. So. Das ist schon mistig gerade gewesen. So, Madame hier hat die das Video jetzt fertig. Zeige dein Ergebnis. Das ist auch noch gut dabei. Laden wir auch dies hoch. Und dann werden wir warten, bis die Miete bezahlt ist. Ähm. Kommt immer ein Gemeinschaftsprojekt mit dir auf. Auch hier zu. Genau. Das geht gerade gut ab. Dann können wir das ja mal machen. So. Äh. So. Wir nennen unsere Titel jetzt einfach nach Lebensmitteln oder so. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, solange kannst du hier mal eben schlafen gehen. Okay. So, bis dahin wird das Video ja soweit fertig sein. Hoffe ich denn mal. So. Ach, mein Auge juckt. Hab ich eigentlich die Sachen hier gekauft oder, ähm, gab es die quasi zur Wohnung dazu? Ach, da war ein Hocker mit Kist-Logo. So. Wir sollten ja genug Punkte haben, als dass wir bis zum Ende durchkommen. Zusammenfassung, äh, des Spiels. Mach ich hier so im Ernst nicht. Dann hauen wir hier ein lustigen raus. Dann kommt hier so ein bescheuerter. Dann kommt hier so ein Ich helfe dir mal Kommentar. Ich lese überhaupt nicht, was da steht gerade. Ich klicke einfach nur durch. Wir reden überhaupt nicht miteinander. Ihr spielt Multiplayer, verdammte Kacke. Redet miteinander. Sonst könnt ihr euch nicht unterstützen. Lade Bildschirm mit Hinweis. Mach ich hier so einen kurzen Kommentar. Und, shit. Ähm, nehmen wir das. Einfach, weil uns da gerade ein Punkt fehlte. So. Kisstuhl wieder drunter. Warte, nee, Rolling Stones war gar nicht Kiss. Ähm, selber ein Ei gelegt. Dab, Dab, Dab. Äh. Das. 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 So. Hm. Hm. So. Das rein, das rein, das rein. Geh weg du Mücke. Das rein. Rendern. Ist auf jeden Fall gut von der Interesse her. Das laden wir hoch. Dann wirst du mal repariert und du stellst dessen ein Video auf. Und zwar hierzu ein Review. Mitte am Arbeitsplatz 2. Zack, Review. Oh gut. Ist einfach voll gut. So, der ist wieder ganz. Wir werden nun etwas essen und schlafen. Und wie viel bleibt an des Mutters übrig? Nicht sonderlich viel. Gute ich hier mal so eine Pizza. Wir können entweder jetzt gucken, also hoffen, dass durch die Videos so viel übrig bleibt, dass wir oben den PC aufrüsten. Oder wir können mal arbeiten gehen. Wieso kann ich das nicht machen? Weil ich würde schon so ein bisschen Deko oder so holen. Gerne holen. Damit unsere Bude hier mal so ein bisschen aufgehübscht ist. Geh weg du Mücke. Jetzt schwirrte die mir gerade genau vor der Nase rum. Auch wirklich genau vor der Nase. Wir können natürlich auch noch vorher ein Gameplay aufnehmen. Ähm, das fällt wieder ab. Dann machen wir halt hierzu noch weiter. Review wird gerade aufgenommen. Machen wir noch ein Gameplay. Das wäre das vierte Gameplay. Genau. Und wie nennen wir das jetzt? Ähm. So, Gartenzwerg. Wären die mit K geschrieben? Ne, mit G. Größte Problem eines Legasthenikers. G, K, D, T, V und F. Du wirst immer Probleme damit haben und es ist Ätzig. Nein, Honey, wir kommen jetzt nicht. Honey, ich kann nicht kommen. Lade das Spiel. Machen wir eine Musikintro. Lade das Bildschirm mit Hinweis. Einen ernsten Kommentar. Weil wir heute so ernst sind. So, dann kriegst du hier noch so ein Lustigen reingedrückt. Ich sollte mal mehr mit hier auf die Punkte achten. Spielintro. Ähm, machen wir mal hier den. Hat gepasst. Elf. Na komm, hauen wir raus. Wir haben's doch. Dann, zack. Spieltutorial. Wir brauchen mehr Punkte auf dem. Das war auch richtig soweit. Packen wir das rein. Oh, die Miete ist abgegangen. Das hat echt viel gezogen gerade. So, zack. Jetzt haben wir hier schon wieder so'n Mist. Kommt das da hin. Dann kommt das hier ganz zum Ende. Ja, können im Prinzip nur so machen. So. Dann nehmen wir das mit rein. Das mit rein. Das mit rein. Und das mit rein. Rendern. 50%. Äh, das Interesse nimmt ab. Ab dafür. Was willst du? Eine Party. Gehen wir zu einer Party. Wir brauchen eigentlich ein paar Punkte. Brenton. Oh, das war Brenton. Das tut mir leid, Brenton. Kannst du dich unterhalten? Ja, komm, unterhalten wir uns. Videos. Oh, schade. Tut mir aber leid. Äh, zeige dein Ergebnis. Boah, warum ist das bei der immer so viel besser als bei uns? Ah, ja, 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 ja. Das ist ja ätzend. Oh, hier kriegen wir XP für, äh, Hochladenvideos. 25 bist du denn? Das ist Wahnsinns. Drei Kurse? Das ist völlig übertrieben. Wir können bis zu vier Mitarbeiter haben. Okay. In-Style freigeschaltet. Das ist wahrscheinlich für, äh, andere, ähm, Aufnahmeformate. Und draußen vor meinem Fenster fuhr gerade die Windows-Chinein. Lässt er vorbei. Oder ein Bus. War ein Bus. War der Dacht-Express. So. Nehmen wir den dann auf? Wieder so im Akkord? Oder machen wir diesmal was anderes? Ich glaube, dich lassen wir sowieso nochmal aufnehmen. Du bringst unser Geld. Hier, machst du hier zu? Noch ein Gameplay. Tja. Machst du am Arbeitsplatz. Ja, komm. Eins. Ja, fortsetzen. Das ist dann Gameplay 5. Und das nennen wir... Moodle Salat. Gut. Perfekt. So, dann werden wir dich bewerben, weil du gerade erst neu bist. Du bist richtig neu, ja. Und deswegen bist du cool und anders als die anderen. Und dann werden wir hier mal einkaufen. Und zwar werden wir jetzt gerade mal gucken, dass wir den PC hier aufrüsten. Und mal so ein bisschen andere Klamotten, glaube ich, holen. Das Video ist noch nicht hochgeladen. Komm, dann gehst du nochmal schlafen. Gehst du nochmal was essen. Ah, immer diese Laufzeiten zwischendurch. Da wünscht man sich ja fast so einen Vorspul-Button wie bei den Sims. Nimmt sie denn jetzt gerade ein Video auf? Weil sie hat da nicht dieses Arbeiten-Dings drüber. Oh. Komisch. Hier frisse den Burger. Friss ihn. Drück ihn dir ins Gesicht. Wir haben jetzt schon einfach wieder fast 1000. Und der Monat hat gerade erst angefangen. Also wenn das nicht mal ein gutes Zeichen ist, ja. So. Das lädt jetzt hoch. Müsste im Moment fertig sein. Dann gehst du schon mal einkaufen. Zeig mir das Ergebnis. 33 Prozent. Okay, das Interesse lässt jetzt noch stark nach. Ja, Mann. Das Video ist aber jetzt draußen. Dann werden wir das jetzt auch, sobald es möglich ist, bewerben. Wir werden hier... Zack. Erstmal bewerben. Boom. Dann werden wir hier ein neues Gehäuse kaufen. Und zwar dieses hier. Warum, warum nur das da ist. Dann werden wir das dazu holen. Wir werden das dazu holen. Und sind schon bei 300. So. Dann wirst du hier auch eine... Ein besseres Mikrofon. Und bessere Kopfhörer. Kaufen. Und das bessere Aufnahmeprofon. Kaufen. So. Dann brauchen wir... Vorerst nichts mehr. Das war schon zu teuer. Ich hätte ein bisschen auf den Preis achten sollen, glaube ich. Öffnen. Ja, ist gut. Okay, ein Spiel hätten wir vielleicht noch holen müssen gerade. Gehen wir auf eine Veranstaltung. Okay, gehen wir auf eine Veranstaltung. Wir haben das. Die Möglichkeit... Die Konsole noch nicht mal. Die Möglichkeit hätten das zu spielen. Ähm. Ähm. Ach, schon wieder in ein neues Zuhause ziehen? What? Luxus Apartment. Okay. Drei Arbeitsplätze. Das heißt, wir können noch wen einstellen. Und wie man hier sehen kann... Da... Kannst du... Ich bin gerade umgezogen. Nein, ich wollte gar nicht umziehen. Wie sollen wir denn die Miete zahlen? Das kriegen wir überhaupt nicht hin. Nein. Wie dumm war das denn? Verdammt. Oh nein. Jetzt müssen wir wirklich arbeiten im Akkord, um das tragen zu können. Äh... Eine Million Abonnenten erreichen. Ei, wir haben doch gerade mal 300.000. Wir haben 300.000? Gut. Oh fuck. Ey, nein. Ja, okay. Ja, ja. Ist in Ordnung. Warte, wir holen uns jetzt erstmal ein Netzwerk. 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 So. Wir können hier nicht rein. Wir können... Fünf... Hier, komm. Zack. Rein da. Äh. Netzwerk betreten. Sind wir jetzt da drin? Betreten. Sind wir... Sind wir jetzt in dem Netzwerk? Sind wir? Wir sind in dem Netzwerk. Super. So. Okay. Öffne. So. Du, Madame. Äh... Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Brauchen dringend... Oh fuck. Brauchen wir viel Geld. So. Zweites Duel. Stereo. Duel 2. Ähm. So. Ich weiß nicht, ob das richtig geschrieben ist. Aber ich hoffe mal, er bewirkt sein... Ja, ist in Ordnung. Oh, scheiße. Alter, nein. Oh ja, okay. Sonst... Sonst müsst du uns verlassen. Oh nein. Das geht jetzt gerade alles... Alles drunter und drüber. No. Scheiße. Warum habe ich denn da nicht aufgepasst? Gerade eben. Oh, Mann. Ausschnitt. Ja, hier. Fuck. Wir haben nichts. Nehmen wir einfach das. Oh, das ist so kacke. Warum habe ich da eben aus Versehen da draufgeklickt? Hier, komm einfach rein damit. Oh nein. Oh, verdammt. Ey, was... Warum bin ich so dumm? Oh, das ist ja ätzend. Ah. Jetzt müssen wir echt ackern, damit wir die monatliche Miete zusammenkriegen. Zusammenfassung gespielt. Hier, mach mal hier so ein... Es fehlt uns ganz viel Sound und von dem Inter-Dings-Da-Booms-Da. Hier haben wir Sound drin. Nehmen wir das. Alter Vater. Ähm. Komm, die brauchen wir beide hoch. Nehmen wir einfach das. Und jetzt haben wir keinen sonst passt. Das ist ja schnittig. Nehmen wir das hier. Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Wie dumm war ich gerade? Ja, sech. Tschö. Alter, das war so dumm. Oh Mann, ey. Ich wollte ihr gerade noch ein eigenes Video geben, aber nein. So, zack. Äh, zack. Nee, warte. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Dann brauchen wir hier Punkte, da Punkte und da Punkte. Oh, das Interesse sinkt. Scheiße. Aber die Miete kriegen wir wenigstens rein. Oder? Wie viel Miete müssen wir denn zahlen? Was? Nein. Hey. Oh. 1800 kriegen wir auf jeden Fall noch zusammen. Wir hauen jetzt einfach direkt von der Party ab. Wir reden kurz mit der und dann gehen wir wieder. Das Video wird schon wieder so lang. Das Spiel trollt mich, ja? Ich will eigentlich so 20 Minuten lange Videos machen, weil das Spiel mich trollt, werden dann da immer viel mehr draus als gedacht. Hier, hier, komm. Tanz mal mit der. Unser Mitarbeiterverhältnis wird dadurch nicht besser. Redest einfach mal mit der. Wen haben wir hier? Maverick. Wie wir sonst irgendwen, den wir kennen? August. Steve. Kennen wir dich? Ja. Ja, ist in Ordnung. Hier, tanz nochmal. Wir haben hier wirklich sonst keinen, den wir kennen? Bist du? Brenton. Hier, geh mal mit Brenton tanzen. Brenton können wir als zweiten Mitarbeiter vielleicht einstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das mit Brenton gut ist. Hier, gehst du nochmal mit Brenton tanzen? Was macht Brenton eigentlich? Brenton macht gar nichts. Ha. Wäre er als Mitarbeiter vielleicht dann doch gar nicht so gut? Ich weiß es nicht. Aber er steigert sich ja. Er lernt ja. Er ist ja nie dumm. Hier, gehst du mit der nochmal tanzen. Und dann geht's nach Hause. Und dann beenden wir das Video. Mann ey. Das war die Dünnstags-Tour, die ich je getan habe. Aber wieso? Komm, hier nochmal reden. Ich möchte schon, dass dein Balken hier voll wird. Ich glaube, reden bringt mehr als tanzen. Dann redest du bitte nochmal mit der. So, was haben wir hier? Profil. Koch. Kochen wollen wir nicht. Nein, du wirst auch nichts. Du auch nicht. Okay, dann mache ich mir jetzt auch keine Mühe mehr, nach wem zu suchen. Ja, okay. Komm. Rede nochmal mit der. Mit der Emilia. Ich möchte ein sehr gutes Mitarbeiterverhältnis mit ihr haben. Oder Angestelltenverhältnis. Ja, da ist immer. Ah. Wie mich das jetzt gerade anpasst, dass wir den Fehler gerade gemacht haben. Wenigstens sind wir jetzt in einem Netzwerk und können schon mal sowas wie Copyright Strikes verwenden. Ohne, dass wir dafür auf den Latz getreten kriegen. Hier, jetzt wird noch einmal mit ihr getanzt. Tanzt ist voll. Sehr schön. Wenn wir noch einmal mit ihm reden. Wenn wir noch einmal mit ihm reden und einmal mit ihm tanzen und dann verduften wir. Brandon hat einfach, weiß nicht, irgendwie stelle ich mir vor, er hat einfach, müsste eine viel tiefere Stimme haben für sein Aussehen. Bei ihm bringt Tanzen eher was als reden. Er ist ja auch einmal. Männer stehen darauf, wenn die Brüste der Frau wackeln und bei dem Tanz wackeln die Brüste der Frau bestimmt. So, wir gehen jetzt, beenden dann das Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei YouTubers Live und den größten Fehler, den ich je in diesem Spiel begangen habe. Ich bin so stupid. Really stupid. Äh, dein ehemaliger Meldung, es freut mich, dass du seit Frankreich bist. Die Präsentation, äh, das Band 9, ja, ja, komm, gehen wir hin, müssen wir die Zahlen, zack. Drei neue Sandy, no, komm in der Veranstaltung. Hier steht nix. Hä? 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 Bin ich irgendwie zu doof? Ich hab keinen Plan. Auf jeden Fall, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.